Am Mittwoch strahlt von morgens bis abends die Sonne. Das Thermometer steigt von minus 4 Grad auf plus 4 Grad an. Nachts bilden sich vereinzelt Wolken und die Temperaturen sinken wieder in den Minusbereich. Am Donnerstag wird die Region in Nebel gehüllt. Die Sonne ist deshalb kaum zu sehen und das Thermometer schafft es nicht über 0 Grad hinaus. Regnerisch zeigt sich dann der Freitag. Die Temperaturen bewegen sich zwischen minus 1 und plus 2 Grad. Auch der Samstag wird trüb und nass bei einem Höchstwert von 3 Grad.